Lass uns fahren mit unserer juten alten Panzerlein. Wir sind jetzt ganz weit von der Straße entfernt. Was ist das da hinten? Ah ja, genau, genau, ich blicke. Wir kamen von da hinten, checkt ihr? Und wir... Und wir wollten noch das andere looten, bevor wir zum... Bevor wir, wisst ihr, also zum Friedhof gelangen. So, guck mal, da hinten, ich kann euch das nicht zeigen. So, guck mal hier, wir können rollen. Ich verstehe nicht, was das ist. Ist das ein Hase, der verbuggt ist? What the hell? Was ist denn das? Bist du das? Hase, geh mal weg. Oh, Alter, wie viele Sachen denn noch? Kommen Sie einfach mal mit. Ich bin Messi, ich mag viele Sachen. Unser Typ ist hart am Updance immer noch. Das ist doch... Okay, so. Ich glaube, The Long Drive ist auf... The Long Drive ist abgestürzt. What the hell? Oh, fuck. Ne, ich will gar nicht wissen, was da passiert. Also, ist auch kein Wunder, also, wie viele Sachen wir hier aufgeladen haben. Alles gut? Alles trudi, frudi, Mann. Oh, Stein. Oh. So, guck mal, da hinten ist noch so ein Monument. Dann gucken wir einfach das da an. Aber erst, wenn wir natürlich den Friedhof gelootet haben. Oh, Kaktus. Kaktus. Ah. Den kann man überfahren? Okay, let's go. Was bin ich denn hier sehend? Eigentlich einfach ein niedlicher Fuß. Schön. Gut, du Fußfetischisten auf die Eins, sag ich. Einfach... Ah, Kaktus. Mann, das ist doch einfach nicht mehr feierlich. Mann, no. Wir sollten mehr speichern. Warum sterben denn hier die ganze Zeit die Hamster? Was? Was passiert hier? Hilfe. Hilfe. Oh Gott, schnell weg, schnell weg. So lange tue ich will nicht, dass wir so viel haben, glaube ich. Komm, komm schnell mit. Komm schnell mit, Bernd. Das ist gefährlich hier. Wir müssen fliehen, weißt du. Nein. Oh Gott, oh Gott. Es wird lauter, Shad. Es wird lauter. Was ist denn hier? Hilfe. Je weiter wir weg sind, desto besser, glaube ich. Alter, das... Oder das ist der Gott, der uns bestrafen möchte, eins von beiden. Du bist gar nicht da. Ich messe, achte dich. Hä? Jetzt hat's aus... Jetzt hat's auf... Jetzt hat's aufgehört. Was war das? Das ist ja so, als ob ich Shiropran in Minecraft getroffen habe. Seven. Seven. Du Arschloch. So, Leute. Wir hoffen mal, dass es beim Friedhof jetzt Särge existieren, damit wir das hier ausbauen können. Vielleicht können wir auch eine zweite Etage bauen. Das wäre Omega-Lol. Hermann, Quack. Verwute dich. Was? Ströme deine Wut aus. Guck mal, ich habe so viele Sachen im Kopf zu reden, aber ich muss halt gucken, ob es Sinn macht. Weil bei mir ist... Alles banal durcheinander, deswegen muss ich das erstmal sortieren, wenn ich reden muss. Wisst ihr, Shad? Ich bin eigentlich eine verquackte Person, aber ich lebe mein Leben jetzt. Ich lebe meinen Traum, einfach zu meiner Stepmom zu gehen und vielleicht ein Happy End zu bekommen. Na gut. Lacht keiner. Yo, LSD-Trip. Nee, das will ich auch gerne mal. Holy shit, das ist ja hart am Junxeln. Also Gott macht gerade Hardcore eine Party. Alter, die machen Disco, sage ich. Ich werde jetzt religiös, wenn das immer so abgeht. So, guck mal hier, ich jiggle. Hallo. Ihr Fuck-Mönche, ähm, fuck, ähm, äh, Geister, ihr Leute der Nacht. Ich werde euch alle ermäucheln jetzt. Hände hoch, Hände hoch. So, wir machen das mal ein bisschen strategisch. Wir gehen erstmal hier außen rum. Was? Party auf dem Friedhof? Normal. Okay. Hallo? Bist du, bist du real? Cooler, cooler Stein. Yo, ein Auto. Let's go. Was ist hier? Das ist doch Koks, oder? Yo, das wollte ich schon immer. Nee, das ist gut, das ist gut, das nehmen wir mit. Was ist das denn? Ach. Der 20. Motor. Let's fucking go. Na gut. Die Behälter können wir nicht usen, weil wir haben keinen Anhänger. Eine lange Stange. Okay, kann ich die mal in meinen Po stecken? So, das ist, oh mein Gott. Euro-Palette. Sehr, 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 sehr wichtig. What the hell? Was bist du denn komisch? Ach, scheiß mal drauf. Ich schlafe. Ich habe mich zu sehr gekruselt. Ich sehe nichts. Hä? Ich höre was. Ach, die sind da drin wahrscheinlich. All right. Das ist wirft. Das ist wirft. Oh, das könnte man stibitzen, weil wir das auch nicht mehr haben, oder? Anderenfalls gucken wir hier. Hier ist alles clean, all right. Wir gucken mal durchs Loch. Yo, was ist das denn? Let's fucking go. Ich bin hyped. Hier ist noch Corona. Ist auch wichtig. Scheiße, wir müssen... Was ist denn jetzt schon wieder? Was? Wie sieht mein... Ach man, mein Auto. Ach, weil da ist so ein Hamster wieder gebumst hat. Die Schecke. Holy shit. Okay, sehr geil. Hallo? Wer ist hier? Nein, Günther. Och, Günther. Ich nehme dich mit. Ich möchte dich bitte ein bisschen beschmuddeln. Guck mal, wir können doch die Platten irgendwie benutzen, oder? Yo. Geheimgang. Dann gehen wir erst mal hier rein. Hallo? Oh mein Gott. Haben Sie gleich... Äh, äh... Mein Schatztyp. Wie heißt der nochmal? Na gut. Oh. Gibt's mir Doggy, oder? Ist das nicht so? Ist das nicht die Pose? Oh, sehr gute Sachen. Ich höre Steps. Hallo? Leute, wir kriegen ja... Das ganze Zeug raus. Pass auf, wenn du keine Fackeln platzierst. Spawnen, Monster. Ach du, da war ja was. So, lass uns erst mal alle Leute töten und dann looten gehen. Hallo? Hallo? Oh, oh, fuck. Ah, Q. Oh. What the hell? So, okay. Farbstoff. Schoki. Lecker. Schoki in dein Arschi. So, warte jetzt. Ich glaube, das war der letzte, oder? Also der... Lol. Hallo? Hausfriedensbruch. Aber auf süß. So, oh, hier ist noch eine Waffe. Was ist das? Öl. So, oh, guck. Kann man das hier essen? Oh, schade. Was ist das? Dass es nicht wirft. Aber einen Topf. Da können wir unsere Scheiße lagern. Heute ist der langen Drive, Mann. Das ist die Loot-Hölle 2.0. Hyper, stehst du nicht auf Füße? Guck mal. Da kannst du mal einen Zug nehmen. Also, da werde ich sogar steif, wenn ich das sehe. Füße! Ja, 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 Füße einfach. Wir sind wieder raus. Ich wollte eigentlich nochmal oben schauen, weil es gibt ja auch eine zweite oder eine dritte Etage. Wir können das Soki noch essen. Okay. So, was ist hier? Hier ist ein Bett. Wir gehen wieder rein. Wow, wie geht es denn hier hoch? Ist das das Gruselige? Dass man nicht weiß, wo es hoch geht? Wo ist denn hier der Eingang? Ach, hier. All right, wir gehen rein. Let's fucking go. People still, people still. Ja, die Treppe ist wirklich gar nicht verbuggt. So, Licht. Sehr schön. Hm, erstmal hier gucken. Hallo? Nein! Hier wollte jemand springen. Oh, oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Guck mal hier. Yo! Komm her. Oh, Headshot. Was ist denn das alles? Ich will das alles mitnehmen. Was ist hier drin? Sack! Das Wichtigste. All right. Wir gucken hier. Guten Tag. Okay, wir könnten da hinschweben. Vielleicht ist da auch irgendwas. Na gut, das ist alles, oder? Wir schweben nochmal wie ein Geist hier hoch. Darf ich hier hoch oder nicht? Komm. 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 Hier ist nichts, oder? Na gut. Wir gehen nochmal zum Schornstein hoch. Der war unten. Mal gucken, was auf dem Dach ist. Woppa. Warte. Was? Fick dich. Yippie. Yo, da oben ist was, oder? Was ist das hier? Na komm. Na komm, du Arschloch. Oder kann ich jetzt rein twerken? Ne? Warum geht das denn nicht? Ach, das ist eine Tür. Eine Tür. Wow. Alles Fake News. Yo, wo sind wir denn? Okay, das müssen wir uns merken. Wir können hier uns hochbacken. Hier gibt es noch reichlich Loot. Ey. Ich glaube, ich glaube, wir sind hier eine Folge damit beschäftigt, die ganze Hütte hier auseinanderzunehmen, oder? Na gut, was ist hier noch? Yo, guck mal. Oh mein Gott. Leute. Spoiler. Wir können fliegen. Na gut, das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Yo. Wie fliege ich? Warte, warte. Ich fahre. Ich kenne. Was mache ich? What the hell? Was mache ich? Wie geht das? Ach so. Ah, ich check jetzt langsam. Warte. Ruhig dich. Man darf nicht so sein. Ey. Ist das verbuggt? So, jetzt, oder? Ah. Hilfe. Was mache ich? Ach, scheiß drauf. Warte mal. So, wie geht das jetzt hier? Ach, scheiß drauf. Wir nehmen das einfach mal mit. Wenn nicht, dann haben wir unser Fanglas noch. Sehr schön. Ne, ich muss sagen, das Haus ist sehr wohl prächtig. Wir nehmen alles mit. Wir haben ja hier eine Schubkarre. Da können wir alles reintun. So, da kommt es auch noch mit. Wir schlafen mal ganz kurz. Ich helfe mal ganz kurz. Warum kann ich nicht schlafen? Es ist doch schon dunkel. Das Sandmännchen kam doch schon. So, Bernd kommt noch mit. Let's fucking go. Hallo? Ne. All right. Wir nehmen noch meine Familie mit. Und zwar ist das einmal Bernd. Dann ist das einmal der gute alte Tom. Ne, da hatte ich viele Erfahrungen mit ihm gemacht. Let's fucking go. Oh mein Gott. Günther. Joachim. Du bist ja gut in Form. Lass uns dich mal mitnehmen, Mann. Boah. Guck mal, die machen zusammen Yoga. Hilarious. So, wo ist jetzt noch die nette Gerta? Boah. Gerta ist hier. Let's go. Boah. Du bist ja immer noch so hot wie damals, Mann. Gerta, komm mit. Komm mit. Woppa. Boah. Gerta ist hart am Schillen. Aber bitte nicht in den Shit fassen. Schritt fassen. Mann. Ich habe gedacht, meine Onkels und Tonten sind auch hier vergraben. Schade. So, komm. Wir rollen euch. Wir rollen euch besser mit Rollen. Oh, guck mal. Noch bessere Reifen. Können wir auch gleich mitnehmen. Reifen kann man nie genug haben, wie ich immer sage. So. Hä? What the hell? Wo? Hä? Habt ihr das gesehen? Wo ist meine Platte hin? Ich habe einfach Papa Platte verloren. Ja, dann roll ich euch, wenn ihr das wollt. Ah, geht. Okay. Ach, hier ist die alte Frau Dinkelburg. Nimm ich. Weiter geht's. Hey, Dinkelburg. Komm mit. Pö, was ist ein Eiri? Keine Ahnung. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. In meiner Jugend. Da haben wir noch in Dreck gespielt. Eins vor Wehrdienst. Das waren Zeiten, die schlechtesten, die es gab. So, hast du es jetzt? Danke. So, wir parken euch einfach mal da. Hoffentlich können wir das Ding da aufmachen, wenn nicht dann wirklich große Schere. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger zu schwer sind für unser Auto. Können wir mal tryen. So, okay. Ich glaube, wir gehen von oben nach unten. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, wo wir hier durchflutschen können. Weil wir sehr akrobatisch sind. Hier war doch irgendwo das Dach offen. Hier nicht. Oh mein Gott. Können wir das auch mitnehmen? Letztes Vergingau. Hä? Na gut. Wir gehen mal wieder vom Ziegelsteinofen hoch. Und dann gehen wir noch runter. Checkt ihr? Erst muss man hochkommen. Und dann kann man wieder runterkommen. Checkt ihr? So, Woppa. Yippie. Rein. Acht. Oder ist das noch eine Etage? Ich glaube, oder? What the hell? Wie viel Loot gibt es denn hier? Na gut. Schauen wir mal. Steak. Oh, wir haben Hunger. Dann kann ich das gleich mal einverleiben. Ne, warte mal. Steak ist heilig. Dann nehmen wir erstmal die Schoki. Dann nehmen wir erstmal kleine Schwänze. Alright. Ich lass dich fallen. Ich lass dich fallen. Spongebob. Ich lass dich fallen. Was ist das für eine Farbe? Ist das grün? Oh mein Gott, Leute. Das ist grün. Das haben wir noch nicht. Unsere Sammlung wird immer größer. Größer. So. Nehmen wir das hier noch mit. So. So. Jau. Das ist insane. Raus da. So. Erste Etage. Abgehakt, Minions. Runter hier. Und Miladies. Bin noch zu haben. Rrr. So. Was ist hier? Jo. Wie geil. Deswegen haben wir es nicht gefunden. Das ist einfach eine Schlupfluke. Hier wurden wahrscheinlich damals die Drohungen versteckt. Wie cool. So. Alles hier raus. Da macht alles wieder einen Sinn, Chat. So. Wopi. Mann. Ich wollte das haben. Dann müssen wir das vorsichtig irgendwie. uns besorgen. Ne. Das müssen wir machen, wenn wir Zeit haben. Genau. Also das dauert. Ich wollte das noch. Ich. Ich. Ich wollte eigentlich da reinscheißen. Das sollten meine Behälter sein. Ey. Ich wusste ja nicht, dass die so zerbrechlich sind. Poplux in dich rein. Genau wie Ari. Ne. Das ist doch was zu trinken, oder? Eiri. Kann doch sein, oder? Das ist doch ein Ei zum trinken. Entweder das oder vom. Also. Also wenn man Döner holt. Da gibt es ja Unredakt. Da gibt es ja einmal. Das was man zum Döner essen sollte. Ich weiß nicht wie das heißt. Das weiße. Ich trink mal Ari. On stream aber dann nur. Wie viel Eire trinkst du jeden Tag? Ich sipp meine täglichen zwei Eier aus. Alter. Nicht dass sie irgendwann überlaufen. Weißt du? On stream. Ja mach ich. Hast du ein Problem damit, oder was? Ari is clay once. Ach so. Hast du ein Problem damit, oder was? Kriege ich dich eigentlich noch mit? Warte mal. Five head. Komm du her. Let's go. Das passt doch da niemals durch. Warte mal. Wir tryen es mal. Oder? Warte mal. Wir pressen einfach. Wir jiggeln. Yo. Oh mein Gott. Nein. Das könnte was werden. Bros and girls. Komm, 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 komm. Na was? Na komm, komm. Hab dich doch nicht so. Ich will dich mitnehmen. Weißt du? Ich hab Gefühle für dich. Also, Crack, lebst du noch, oder was? Bist du noch anwesend, oder vertilgst du gerade ein Airi? Ach, scheiß drauf, Mann, du. Huh. Wir kriegen noch andere. So. Jetzt. Nehmen wir dich mit. Das weiße Getränk, was du meinst, ist wohl Airan? Genau. Boah. Machen wir dich hier? Wie findet ihr bunte Hütte von eins bis zählen? Das. Einmal, einmal. Wappa. So, dieser göttliche Sarg, der ist gesegnet mit Schweiß und Urin von mir. Den nehmen wir mit. Bombe. Oh, diesmal nicht. Let's go. Wir haben Glück. Yippie. 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 Dann nehmen wir einmal dich mit. Wir bräuchten vielleicht eine helfende Hand irgendwann mal. Also, das ist sehr wichtig. Wir schlafen einmal. Oh. Wir schlafen einmal. Hier kamen wir hoch. Also, gehen wir hier lang. Yo. Was bist du denn hier? Du bist ja hardcore am Schillen. What the hell? Du bist ja kurvig. Du kommst mit. Wappa. Nice. Der hat kein Suicide gemacht, Leute. Der war schon tot. Alles gut. Oh. Das ist eine Bombe. Yo. Wir haben Glück. Das ist noch ein Tank. Also, ich habe, weil ich natürlich ein Top Gamer bin, habe ich mich noch ein bisschen erkundigt für The Long Drive. Und zwar, ähm, gibt es hier verschiedene Tanks für verschiedene Autos. Weil das ist ja eigentlich eher für Autos gedacht, diese Dinger hier. Wasserbehälter und so. Okay. Dann nehme ich dich auch einfach mal mit. Geil. Was ist das denn? Lol. Yippie. So, dann gehen wir einfach mal hier rein. Holy shit. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen die ganzen Bücher mit, chat. Wir machen eine fucking Bibliothek noch. Keine Bombe. Was bist du denn? Cool. Strip Club können wir auch basteln dann. Buch. Yippie. Kann man dich mitnehmen? Nein. Aber dich. Komm mit. Oh mein Gott. Nice. Kackwurst. Essen. Oh ja. Unsere Arme sind ja auch ziemlich lang. Wappa. 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 Nehmen wir dich. Nehmen wir dich. So. 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 Naja. Weißbord. Check nicht. Okay. Nein. Was jetzt? Muss mich... Wow. Hätte ich nicht erwartet von dir. So long drive. Das Ganze nochmal von vorne. Wappa. What the hell? Nein. Ach man. Diese Mutter. Verpackt doch nicht. Okay. Alles top. Let's fucking go. Da ist der Quack schon eine Ausnahme. Mit seinen stolzen 40 Jahren. Mann. Wir helfen. Wappa. Wappa. Komm mit. Let's go. Du warst wichtig. Was? Ey. Die schwänzen nämlich nicht mit. Ey. Fickt euch. Bam Junge. Ihr Arschlöcher und Tier. So zerbrechlich. Alter. Wie die heutige Jugend. So. So. Muss wirklich aufhören mit dieser rettener Zitate. Hop. Wapp. Wapp. Hamsama. Hamsama. Hi. Neues. Ist da. Moin. Yo yo yo. Tu extra. Was machst du denn hier altes Haus? Dann tun wir alles noch auf das Geschoss da rauf placen und dann ist alles gut. True. Das was Crack sagt. Dein YouTube läuft ja echt ziemlich gut. Ja man. Ich weiß auch nicht. Ich bin ein Loki im Hype. Also. Ich brech schon fast die 1000 Zuschauer-Marke durch und das ohne Shorts. Das ist ja sehr selten heutzutage. Also. Alle Kanäle sind ja so im Hype. Aber sind eigentlich Loki tot. Weil das sind eigentlich Ghost-Follower-Shorts. Aber die Videos sind auch nicht schlecht edited. Ey. Aber ey. Danke. Aber danke. Dass du meine Arbeit würdigst. Also. Du kannst auch gerne die Glocke aktivieren. Weil. Da kommen gerade wöchentlich Uploads. You know. Ist getan. So. Shit. Wir sind fertig oder? Let's fucking go. Wir safen sowas von Hardcore. Wie lange braucht ein Video mit Schneiden ECT PP? Eine Woche. Boah. Du hast keinen Job. Naja. Halt nicht herkömmlich im Sinne. Aber. Wir kommen irgendwoher Geld. Ich habe eine Geldeinnahmequelle. Das heißt. Ist wahrscheinlich besser. Soll ich vielleicht besser nennen. Also. Ich bin halt selbstständig. You know. Also. Die zwielichten Quellen. Nein. Nein. Alles legal. Ja. Ja. Alles legal. Ich habe nur eine Lücke im System gefunden. Deswegen. Kommt in meine Gruppe. Und verdient 2000 Euro monatlich. Und wenn ihr mir gut zuredet. Bekommt ihr sogar täglich. Um die 10.000. Kommt doch einfach in meine Gruppe. Yippie. Yippie. Dann habt ihr wirklich ein grandioses Leben. Finanzamt schon gerufen. Schere. Meine Fresse. Du Arschloch. Quack. Die ganze 2 Etage ist doch gut. Oder? Okay. Wir gehen runter. Wir sind gleich fertig. Yippie und Pupu. Oh. Was haben wir hier? Wie findest du Crap Games? So von 1 bis 10. Die so. Auf Loki ernst. Machen und so. So. Was ist das? Das Öl. Okay. Wir bräuchten vielleicht mal wieder was zu essen. Nehmen wir noch ein bisschen Handel mit. Dann müssen wir nicht in den Gym gehen. Erklär mal. Achso. Ich checke. Kann ich vielleicht auch werden. Wenn ihr Interesse habt. Dass ich meine Videos scripte. Und sage. Das ist alles hier real. Weil. Leute. Ich bin gerade in der Wüste. Und kämpfe um mein Leben. Wisst ihr? Ich habe nicht hier hinten irgendwo mein Van und Schilder meiner Eier. Das ist alles das wahre Leben gerade bei mir. Das ist alles real. So wie Apo Reds Vermögen. Checkt ihr? Naja klar. So. Nehmen wir nochmal die Stühle mit. Let's go. Na gut. Also auch. Bin ich denn hier gelandet, Mann? Aber du hast ein nices Zitzen. Komm mal mit. Wir sind doch fast fertig, hä? Mein Zweidkanal beläuft sich auf Crap Games, die keine Crap Games sind. Und mein Hauptkanal ist halt für Name. Alrighty tight. Wir nehmen das dann nochmal mit. Essen. 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 Kann ich den Fuß essen? Nein, natürlich nicht. Das ist clean. Das ist clean. Das ist clean. Es läuft. So. Guck mal. Es läuft doch. Oder? Hä? Warum bist du wütend, Crack? Drace Dundon. Wir haben, guck mal, guck mal. Nur noch Keller, oder? Das ist clean. Also, hallo erstmal, Herr Noppel. Moin. Frage, was tust du da? Ich bestehle gerade eine Kirche. Den ganzen Inhalt, weißt du? Das ist hier Freddy, der gerade gestorben ist. Das ist nebenbei auch im Friedhof, weißt du? Aber ich muss bei The Long Drive eine lange Fahrt fahren. Ich will zu meiner Stepmom. Demzufolge... Warum? Naja, weil ich ja Loot brauche, weißt du, Noppel. Weil ich sonst irgendwann so aussehe, wie der Kerl hier. Ja, schon, aber den Misslass doch liegen, haha. Nee, 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 nee. So. Und da dachte ich, dass ich einen abgekriegt habe. Was? Was meinst du? Wen denn abgekriegt? Cheap Viewers. Ja, wirklich top. Äh, Chiro Viatt, wenn du eine Message schreibst, ich will deinen Shop empty, guy. Du kannst fabelisch viel Geld machen, wenn du eine Message schreibst. Bitte, würdest du ein Millionär sein? Hier war doch noch was, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, nee. Warte geht's. Jetzt, oder? Dann noch das. So. Let's go. Geil. Yo, Leute. Yo, Leute. Das war's mit der ersten Episode. Friedhof-Kirche. Wir sind 137 Kilometer gefahren. Keine Kilometer mehr. Was? Nicht so. Was ist denn das? 137 Kilometer fahren, nicht so weit. Alter, ich bin kotzer. Wir sehen uns in der zweiten Episode mit dem Friedhof und Kirche. Schaltet wieder ein oder so. Ich hab'er. Ich weiß noch nicht. Für immer. Wir sind das. Wir sind da. Ja. Wir sind hier. Wir sind drin. Wir sind da. Vielen Dank.